Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Glühkerzenschaltung Zylinder Nummer 11. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode. Es wird als generisch angesehen, da es für alle Fahrzeugmarken und Modelle ab 1996 gilt, obwohl bestimmte Reparaturschritte je nach Modell geringfügig abweichen können. Dieser Code bezieht sich auf die Gerätediesel, mit denen der Zylinderkopf einige Sekunden lang erwärmt wird, wenn versucht wird, einen kalten Motor zu starten, der als Glühkerze bezeichnet wird. Ein Diesel ist vollständig auf die momentan hohe Wärme durch Kompression angewiesen, um den Kraftstoff spontan zu entzünden. Die Glühkerze im Zylinder Nummer 11 ist ausgefallen. Wenn ein Dieselmotor kalt ist, geht die extrem hohe Lufttemperatur, die beim Ansteigen und Komprimieren des Kolbens entsteht, durch Wärmeübertragung auf den kalten Zylinderkopf schnell verloren. Die Lösung liegt in Form eines bleistiftförmigen Vorwärmers vor, der als Glühkerze bezeichnet wird. Die Glühkerze wird im Zylinderkopf sehr nahe an dem Punkt installiert, an dem die Verbrennung eingeleitet wird, oder am Hotspot. Dies kann in der Hauptkammer oder Vorkammer sein. Wenn der Motormanagement-Computer mithilfe seiner Öl- und Getriebesensoren erkennt, dass der Motor kalt ist, trifft er die Entscheidung, den Motor beim Starten mit der Verwendung der Glühkerzen zu unterstützen, eine typische Glühkerze eines Dieselmotors. Es erdet das Glühkerzentimer-Modul, das wiederum das Glühkerzen-Relais erdet, das die Glühkerzen mit Strom versorgt. Das Modul versorgt die Glühkerzen mit Strom. Das Modul ist im Allgemeinen in den Motormanagement-Computer integriert. Obwohl Fahrzeuge es separat haben, eine zu lange Aktivierung schmilzt die Glühkerzen, da sie durch starken Widerstand Wärme erzeugen und bei Aktivierung glühend heiß leuchten. Diese intensive Wärme wird schnell auf den Zylinderkopf übertragen, wodurch die Verbrennungswärme ihre Wärme für den Bruchteil einer Sekunde aufrechterhalten kann, die zum Zünden des zum Starten einströmenden Kraftstoffs erforderlich ist. Der Code P0681 weist darauf hin, dass etwas in der Glühkerzenschaltung fehlerhaft ist und die Glühkerze am Zylinder Nummer 11 nicht aufheizt. Der gesamte Stromkreis muss überprüft werden, um den Fehler zu lokalisieren. Hinweis, wenn zusammen mit diesem Fehlercode ein P0670-Fehlercode vorhanden ist, führen Sie vor der Diagnose dieses Codes eine P0670-Diagnose durch. Symptome, wenn nur ein Glühkerzenfehler auftritt, außer dass die Kontrollleuchte des Motors aufleuchtet, sind die Symptome minimal, da der Motor normalerweise mit einem defekten Stecker startet. Unter Frostbedingungen ist es wahrscheinlicher, dass diese auftreten. Der Code ist der Hauptweg, um ein solches Problem zu identifizieren. Der Motormanagement-Computer PCM setzt den Code P0681. Der Motor ist schwer zu starten oder startet bei kaltem Wetter oder wenn er lange genug sitzt, damit der Block abkühlt, möglicherweise gar nicht. Leistungsmangel, bis sich der Motor ausreichend erwärmt. Der Motor kann aufgrund der kälteren als der normalen Zylinderkopftemperatur ausfallen. Der Motor kann beim Beschleunigen-Zögern keine Vorheizperiode, oder mit anderen Worten, das Vorheizlicht geht nicht aus. Mögliche Ursachen Die Ursachen für diesen Fehlercode können sein, Glühkerze Zylinder Nummer 11 Defekt Glühkerzenstromkreis Offen oder kurzgeschlossen Kabelstecker beschädigt Steuergerät für Glühkerze Defekt-Diagnose-Schritte und mögliche Lösungen Für den vollständigen Test benötigen Sie ein digitales Volt-Ohm-Messgerät DVOM Fahren Sie mit den Tests fort, bis das Problem bestätigt ist Sie benötigen außerdem einen einfachen OBD-Code-Scanner Um den Computer zurückzusetzen und den Code zu löschen, überprüfen Sie die Glühkerze des Zylinders Nummer 11, indem Sie den Kabelstecker am Stecker abziehen, legen Sie den DVOM auf Ohm und legen Sie das rote Kabel auf die Glühkerzenklemme und das schwarze Kabel auf eine gute Masse, der Bereich liegt zwischen 0,5 und 2,0 Ohm. Überprüfen Sie die Messung für Ihre Anwendung anhand eines Werkservice-Handbuchs Wenn es außerhalb der Reichweite liegt, ersetzen Sie die Glühkerze Überprüfen Sie den Widerstand im Glühkerzenkabel zur Glühkerzenrelais-Sammelschiene am Ventildeckel Beachten Sie, dass das Relais sieht aus wie ein Starter-Relais einen großen Draht hat, der zu einer Sammelschiene führt, an der alle Glühkerzenkabel angebracht sind Testen Sie den Draht zur Glühkerze Nummer 1, indem Sie das rote Kabel auf den Draht Nummer 1 der Sammelschiene und das schwarze Kabel zur Seite der Glühkerze legen Wiederum 0,5 bis 2,0 Ohm, wobei 2 Ohm der höchste Widerstand ist Wenn es höher ist, ersetzen Sie das Kabel zur Glühkerze von der Sammelschiene Beachten Sie auch, dass diese Kabel von der Sammelschiene zu den Steckern schmelzbare Verbindungen sind Schließen Sie die Drähte wieder an Überprüfen Sie die gleichen Drähte auf Lockerheit, Risse oder fehlende Isolierung Schließen Sie den Codescanner an den OBD-Anschluss unter dem Armaturenbrett an und drehen Sie den Schlüssel bei ausgeschaltetem Motor in die Position ein Löschen Sie die Codes, zusätzliche P0681-Ressourcen Wir haben zwei hilfreiche Ressourcen gefunden, die Sie bei der Diagnose und Reparatur Ihres DTC unterstützen können Der erste ist ein Link zu einem großartigen VW-Glühkerzen-Thread Der zweite ist ein Video Wir sind mit keiner der beiden Quellen verbunden Glühkerzen101 at teddyclub.com